Sie kommen doch zum Aktstehen, oder? Ja, so. Schau nicht mir im Spiegel an. Schau dich selber an. Du schreibst da auch meinen Namen drauf? Nein, mein Name kommt drauf. Ich bin der Künstler. Ich habe leider nichts Fertiges für dich. Nur Vorstudien. Aber bei mir ist ein Vorstudio auch ein Kunstwerk. So, hast du den Klimt? Na, jetzt hast du deinen Stil gefunden. War richtig von mir, dass ich da damals geordnet habe, dass du auf der Akademie ganz schön bist. Was verlangst du für so einen Platt? Aber Geld ist mir nicht wichtig. Ich wäre froh, wenn ich die Gesichter so sehen könnte wie du. So wäre ich eine Schau in die Gesichter. Weil mich lacht, dass bloß teil ist. Du kannst sogar recht haben. Du, Blick bitte auf mich richten. Ja, so. Riecht den Oberkörper noch ein bisschen auf? Ich würde ja auch gerne mal bei Ihnen Modell stehen. Und hier, Herr Egon Schiele. Ich bin Künstler. Ich habe die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich bin Künstler. Doch, ich bin Künstler. Wir sind Künstler. Ich bin Künstler. Vielen Dank.